PC Safe Brick, wo ich für Wille auf Death hochge... Geh... ja nicht cheatet habe, doch cheatet eigentlich Du hast ihn hochgezogen Ja Mit... mit Commands Wo müssen wir hin, da runter oder? Hast du gut gemacht Wille Gell, wir haben ja auch schon runtergefallen Ich stecke... ne ich stecke nicht... doch ich... Nein, ich stehe ganz lang schon weg Wow Brick Und da... der ist Brick Hilfe, der Typ macht mir Angst Wo ist Brick? Ich kann teleportieren Oh Jetzt gerade ganz lang so von dem Fels weggegangen Und am nächsten Mal war da irgendwo da hinten Ich sage, ich kann seit... seit Greed ist Hosting Kann ich teleportieren Ja auch Und ihr könnt ja an der Seite dann wohl längst gehen Und ihr müsst euch nicht das Reparatur-Kit holen Wo ist das... wo ist das nochmal? Da War ein Witz Ich habe höchst runtergefallen, ich bin total verwirrt Ne, ich bin runtergegriffen Ja, 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 das kann ich auch sagen Elegant runtergeschwungen, wie eine ganze Stelle So müssen wir da wieder hoch? Ja Like a virgin Go, jetzt darf ich diese Static Rifle mal haben Äh, ich stecke wieder fest Nein, du verziehst dich nur gleich wieder rum Ah, ok Dann warte ich mal Ach, hier gibt's ein Raketenhörer von Befue und Sonke schon Ah, jetzt geht's wieder Oh, neuch Ok, jetzt folgen wir den Clubtrap Macht der irgendwas noch? Hat der da was gemacht? Ich glaube nicht So Hier haben wir Raketenhörer vorwarte Ich schau mal hier Doch, doch, doch Ja? Ja, wie bist du denn? Na, die Raketen wir von dieser Welt haben Ich bin schon aufm Rückweg Du, du wüsstest, dass wir kommen Ich warte hier auf euch Nur, ich hatte keinen Bock nochmal gegen all die Gegner zu kämpfen Die vielleicht gleich bauen können Hab ich ihn genommen? Nee Das ist scheinlich Lillef Ich auch nicht Das ist Lillef Ich hab euch Raketen mit vielfach überschauen gegeben Nee, du hast uns ein Raketenwerfer mit Ich war doch gar nicht da oben Ich hab mich verlesen Ja, er hat uns, er hat uns schon wieder was geklaut Ah, da, da Ah, da, da Ich hab nur Vertrag von der Waschmaschine unterschrieben Ich hab nur Vertrag von der Waschmaschine unterschrieben Inventar-Upgrade zu verkaufen, das ist so mega dämlich Weißt du, wie viel so ein Inventar-Upgrade-Wert ist? 58 Es verkauft viel Warum denn nicht? Verkaufseifer Zusätzliches Geld 58 Dollar sind immer 58 Dollar Man don't lie Was ist das?' Ocom Hoop koop O, Koph, Koop, Koopako, Moony, 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 Moony. Pao, Ruagen, Koop, sitzt Tom, Faust Staff USicar US so so Mordi wird für dich lang so weit zu sein für Level 30 ja passt schon dauert nicht mehr so lange was macht Brick denn da? Zeugs ich merke es wieso gehst du überhaupt oben rum? du musst nicht oben rum gehen als Tank oben rum ist der Sniperweg ja aber da hast Gegner und ihr seid nicht da also ja Lilith geht auch oben rum weil Lilith auch der Ultra-Sniper ist ich will aber nicht dass ihr kommt dann gehe ich wieder nach unten ich bin nach unten ich mag aber allein sein für mich egal ich hab den Unterweg zuerst das ist für mich erschlossen ich soll das jetzt sterben ach her der Sniper kommt mal wieder als letztes nach oben da ähm das ist ein Sniper schlechte ach Gott nee ich wär' ich bei den Spanischen Müller runtergefallen oh moody moody machen mich nicht unglücklich junge ähm müsste mich alle unglücklich machen oder was ja ja für die Wiesgebote was hat die Klappe ich geh' runter ich geh' runter aber nicht von meinen kompetenten Kameraden ja die Stelle strammt da war warum haben wir Red und bei ihr eigenes Song machen so hat sie vorzog das ist nicht mehr wir hatten keine Dialoge das war das Problem n 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 vorhin gestanden ist ein geschützt reingeprügelt und irgendwann war einfach tot das stört es dir tut mir leid ich habe auch nichts gesehen jetzt wirklich nichts gebracht wenn ich auch selbst nicht jetzt aufgenommen hätte ja da ist ein Video und verboten einzeln viel noch das Bessere bleiben Nene nur in der Beise ist dieses Jahr schon viel besser oder die neue Schöne für gleich gut es wird um 10 hoch Quark die Bessert vor Ort zählt hier nicht das was Pascal hochzieht das zählt wie es wieder runter sein müssen aber ich bin gut hier um es auszugleichen ich bin gut im grieb ist ignorieren also von dem her ist ja Nene Nene er wird die Schöpfe auch immer auf den Arsch also die Schöpfe auch immer auf den Arsch mit mir auch nichts gegen ich habe nichts gegen Meier er wird nur noch schnell zu mir auch schon verfallen ich habe auch nichts gegen den Arsch von Lilith also ich habe nur die etwas gegen die Persönlichkeit von Lilith auf Prozent ich könnte ihr wahrscheinlich nie wehtun also ja okay das nochmal zu messen L-lilith ist die Inkarnation von Außen Huy Hinten Fui das müsste nicht machen die müssen das Hundefutter abgehen das war alles Gag Hex 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 der Knallhafter Legs Gag ein Legs Gag Scheiße Länge Max Jo, was geht alles? Nein ein Geld der Quest ab Oh, der hat so schöne Zähne wenn ich vor die Tür stehe was seht ihr von seinem Gesicht, wenn ihr davor steht? Gar nichts, weil ich habe nicht hingeguckt Das ist ein schönes Züttler-Berch äh, stellst du mal vor die Tür, geh mal da weg wenn ich da hingehe sehe ich nur, dass er kein Körper hat das ist aber gar nichts noch und seine hässliche Zähne, aber ich sehe sonst sieht man eher noch so einen oberen Teil von ihm aber ich sehe einfach ich fände ganz nah an die Zähne ran, so das ist ein Menü das ist ein Menü das ist ein Menü ich bin mal, ich müsste mal schauen, was ist dafür das ist immer in einem Menü das ist so für Maya-Mozki das ist so für Maya-Mozki okay, dann gehen wir uns jetzt zu Ruscom West und danach zu Nein, mir geht zuerst dann nur Heben okay und ich will endlich Krims Lenz töten, sonst können wir diese Aufnahme nicht beenden Ja, wir spielen zum General Knocks at und later Ja, genau No, es ist nicht Ah Leute, ich meinte mal einen ganz kurzen Cut nur ganz kurz ganz kurz wieso so so